Mann, fahr doch! Gib Gas! Ja, hallo? Guten Morgen! Ja, ich bin noch unterwegs, tut mir leid, ich brauch noch einen Moment. Ich muss nur schnell die Kleine in der Kita abgeben und dann bin ich bei euch. Ja, fahr, du Idiot! Was? Nein, 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 versucht die irgendwie aufzuhalten. Lass die auf keinen Fall gehen, die soll auf mich warten, verdammt nochmal. Was weiß ich, sag denen, ich bin auf dem Weg und in 5 Minuten da. Ja, Hauptsache, die warten auf mich. Doch, ich schaff das. Ich schaff das, ich bin gleich bei der Kita, ich kann die Einfahrt schon sehen. Doch, ich beeile mich, bis gleich, tschau. So, mein Mäuschen. Gleich sind wir da. Bis gleich geschafft. Viel Spaß, bis zum Nachmittag. Bis zum Nachmittag! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.